So, hallo Leute, ich heiße Anil Altinyay, dies ist der erste Drehtag für unseren Film Volk Rassmann. So, ich bin jetzt auf dem Weg den Darsteller Dorn Pada abzuholen, der wohnt in Gelsenkirchen und ja, mal schauen, wie es wird heute, da kommt er und wie fühlst du dich am ersten Drehtag? Ja, ganz gut. Ein bisschen müde hat man sich gefrühstückt, aber ich denke, unser Regisseur, der macht mir gleich Frühstück. Ja klar, ein Teilgang-Menü. Ja, und dann kann es auch losgehen, ne? Ja, super. Es sind alle sehr aufgeregt, es ist eine Millionenproduktion, von daher, ja, auf jeden Fall ein schöner Tag heute. Heute haben die Regen angesagt, aber wie es scheint, scheint die Sonne. Ja, und wir drehen drinnen. Ja. Das geht doch nicht, ich bin doch nicht Lukas. Ich hab gedacht, das ist eine blöde Idee. Ich mach jetzt ernst. Ich kann doch jetzt nicht hingehen. Sie weiß doch nichts über mich. Ach, dann kommt der neue Gedanke, ja, ja, ich weiß dann, äh, wie heißt die Süße, ne? Da kommt jetzt, ne? Hm. Das ist gut. Das ist gut. Making of. Drehtag eins. Da hinten wird Kaffee gekocht. Ja, beim Set ganz wichtig. Weil es sieht gut aus. Und Kaffee geht gar nichts. Alter. Alter. Alter, Alter. 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 Was machst du da, Julius? Ich teste so ein bisschen Instagram. Instagram? Du machst schon ein paar, das wertet die Bilder schon ein bisschen auf. Auf? Was ist denn das für ein Tatort, ey? Das ist was, was du gemacht hast, das Bild vorhin, ne? Ich meine nur, ne? Jetzt siehst du schon ganz anders aus. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen googeln, so wie man bei Instagram coole Bilder macht. Ja, ja, das ist schon... Richtig. Da muss schon ein Studium her. Ja, ohne Scheiß, ey. Helligkeit, Kontrast, Wärme, Motherfuckers, Alter. Nächstes Jahr voll krass Mann Teil 2, dann auch noch Teil 3 und so weiter, ne? Dann ist Arnel. Cut. Guten Morgen. Ja, cut. Einmal noch? Einmal noch, ja. Äh... Und... Bisschen! Peter! Guten Morgen. Jo, cut. Super. Nehmen wir. Und direkt links. Du kannst schon nicht stehen bleiben, weil das baue ich nicht, wenn du die Tür aufnimmst. Ähm... Also du standest... Ja. Oder den zweiten Tag. Sie hier, ne? Ja. Dann müsstest du ein bisschen mehr nach links. Ja, so ist super. Aber... Okay, ich ständig... Alles klar. Ich bin hier. Du bist dann da. Ja, bitte. Ich guck grad. Man kann auch den Stuhl sehen. Der Stuhl so, bitte. Normal. Tisch ist... Tisch ist... Tisch ist... Äh, ist nicht übel. So, zu so übel. Und... Und bitte. Guten Morgen. Du musst da noch nicht hier hinten stehen. Dann kannst du die sozusagen so auf dem Boden... Ach, wo? Stellen wir Zeitungspapier hin und dann schmeiß erstmal da drauf. Und äh, dann machen wir eine Nahaufnahme von ihm. Dann muss das sitzen. Richtig. 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 Du beachtest ihn noch nicht mehr. Also da kommt jetzt rein mit den Tellern. Was meinst du? Funders Mama ruft an. Ja. Mama ruft an. Oh, nee. Mach'si. Tut mir leid. Dann krieg ich vielleicht irgendwie wegentuschiert. Genau. Von anderen Schwarzern gehen immer mal Körper an. Genau. Ist ja auch so schon von die absurde Szene. Wenn meine Schwester auf mich ist ja... Weißt du? Porno mit der Puppe. Ja. Eine richtige Nachfrage konnten wir uns nicht leisten. Ich mach meine Hose unter. Alles andere bleibt. Das muss dir reichen. Nein. Komm. Krack. Ja. USK ab 16. Ich glaube zu füllen. Das ist okay. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020